Wäre die Cassie schlau gewesen, hätte sie das ja beim letzten Mal schon gemacht. Aber nur wäre sie. Das Problem ist, Cassie und schlau? Das ist das eigentliche Problem. Vor allem, Cassie macht hier echt Sachen kleine, um an Stöcke zu kommen, so wie es aussieht, sammelt die aber nicht mal einen Flässt zu Eiskoffeln. Ja, dann bekommst du halt nur Blätter. Ja, die sind aber gut zum Feuer entfachen. Warum steht hier ein Totem? Ich meine, Cassie, wenn du ungefähr unbedingt vegan leben willst, also ich halte dich nicht davon ab. Ähm, ne danke. Eik auch nicht. Ne, ich brauche Fleisch. Richtig saftig muss es sein. Ne, ne, weil, weil, auch egal. Ähm, ähm. So. Pilze, Pilze, Pilze. Ich sammle jetzt Pilze mit meinem Bärenbeutel. Damit ich unterwegs was zu essen habe. Schön. Joa, finde ich auch. So, hier ist... Hase, 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 Hase. Tot. Alter, so verrückt in VR, Anna. Oh, oh, oh. Oh, 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 das wäre geil. Das geht. Ich weiß. Aber ich habe keine VR-Brülle. und das wohnzimmer würde hier auch wieder zu ausrechnen weil hinter mir halt direkt das sofa steht hat man ja glaube im letzten vlog gesehen und ja gut jetzt wird mir hier was angezeigt was ich nicht sehen wollte mir auch hier sind ganz ganz viele beine bei mir war es in der aufnahme aber gut ist mir egal rausschneiden tue ich jetzt nicht extra hab ich nicht noch beeren genau 17 beeren die esse ich dann hab ich wieder trinken und das und ich wollte gucken wie macht man nochmal den köcher hasenfestig köcher drei hasenfell ein seil es gibt doch hier bestimmt irgendwie muss es doch hier sein so jetzt kann ich schon mal 50 feile mit mir umschleppen irgendwie irgendwo muss das so hier sein was suchst du denn genau ich höre ich höre merkwürdige geräusche ich bin unschuldig sagte sie und die geräusche kamen von die geräusche von ihr kommt ja aber was für geräusche wie gesagt hast und hat diese mutanten geräusche ja doch schon das ist kassi eins zu eins also ja genau ok sie nimmst nicht so tragisch andere hören sich an wie mehr schweinchen toaster und du hörst dich an die mutant cool du musst doch irgendwie nicht die kettensäge sondern die die arbeit weg hier diese sport die dings da die axt und halt tür zu machen warum ich hab ne frage warte 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 diesen baum hier weg machen ohne dass irgendwas zusammenbricht ja kannst du einfach abholzen ja ich wollte es nur wissen soll ich dynamit bevor ich hier irgendwas kaputt machen nein warte ich holzen ab bei mir geht schneller ok dann halt nicht ich das holz benutze ich hab doch schon die komische wie hieß die feuerwehr axt die moderne ja die moderne axt die weil in der hülle war nämlich auch dynamit und so bleibt stehen kann ich ja zwei tiere auf ein streich getötet läuft ein echse und ein kann ich bin es ein fangprofi so und natürlich es darf nicht das ding fehlen was immer ist bei mir einmal hier kommt ja die schildkröte hin sooo da kommt dann eine schildkröte hin was war das schluck auf dann deckt wohl jemand an dich ich bin es nicht ich auch nicht also so viele können es nicht sein die jetzt an cassie denken da ist sie mal ganz ruhig aber was soll ich dazu sagen warte mal du könntest ja fragen ja wer denkt wohl an mich ach ich will zu anstrengen ist es vielleicht ein heimlicher verfehrer ist es tyrog oder ist es warum hab ich einen hasen in der hand tja das sind alles fragen über fragen ist ja eklig der ist wunderschön also der hase ich habe mich deshalb o gott gesagt äh und hasenkopf hängt wo war jetzt der lurchkopf da hasenfell ich mache mir wieder eine schöne kreiswand kann mir was sagen warum ich mein haus so winzig gemacht habe weil du es vielleicht in die höhe bauen wolltest um etwas zu kompensieren bescheuert auch kessie was das sind mutanten ne eingeborene menschen ich höre die auch fast das gleiche ach man wo sind die also ja ich habe es gefunden dann weiß ich nicht mach irgendwas noch einen holz stammel irgendwo irgendwie aber kessie es ist schön dass du dich um die kümmerst da kann ich ganz in ruhe weiterbauen gibt es wieder die tür offen wo ist kessie dort ganz viel hey das ist eh eine natsche willst du mich verarschen kessie Bitteschön. Die ist tot. Und wenn, dann macht man das dort rein. Mensch. Cassie. Mehr von dir waren. Hallo, ich will den Kopf haben. Den musst du anders abschlagen. Au. Ja, was rennst du auch mitten da rein? Ach, Cassie, 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 du machst Sachen. So, wie viel Dynamit habe ich denn jetzt? Fünf Stück. Nee, sechs. Oder fünf? Nee, fünf kannst du nur tragen. Ja, gut, dann habe ich fünf. Dankeschön. Was ist mit Cybert? Keine Ahnung. Der, ja, keine Ahnung. Da kannst du genauso fragen, was ist mit Clay? Der kommt ja auch nicht mehr. Was ich schade, naja, okay, was ich schade finden. Eigentlich nicht. Wenn er halt nicht kommen will, dann kommt er halt nicht. Ja, vor allem, äh, heulen erst rum, die wollen unbedingt mitspielen und dann sowas. Auf das kann ich dann aber auch verzichten. Da weiß ich auch, dass sie in der nächsten Staffel nicht dabei sein werden. Und die nächste Staffel, da sind wir ja zwei Teams, die so ein bisschen gegeneinander spielen. Wo Cassie ein Team ist und wir Kerle ein anderes Team. Klasse. Ja, also? Heißt, ich werde Dauer sterben. Ja, ist doch schön. Oh, Waschbär, 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 Waschbär. Bleib stehen, du fettes Mistvieh. Wo? Da? Hä? Da? Hä? Hä? Bleib stehen, Bleib stehen. Ist tot. Aber der ist ja, der ist nämlich echt seltener. Nein, Cassie, geh weg. Geh weg. Klaut die mir ernsthaft das Fleisch? Die klaut mir ernsthaft das Fleisch? Solange ich den Kopf und das Pelz hab. Also. Naja, den Pelz brauchst du ja für die Wärmerüstung, wenn wir dann mal ins Eisgebiet gehen. Oh Gott. Ja. Oh, ne. Und du hast das nicht, ha, 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 ha. Ähm. Exel. Exel. Tod. Oh, ne, ist es noch. Ja. Und hier oben sind ganz, ganz viele Dinger da. Dann. Oh, leck mich am Arsch. Geh mich im Mist. Dann, 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 dann. Spiel mit denen. Ähm. Dann, 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 dann. Wie, wie, wie steht's mit dem Mond? Ähm. Ähm, der ist direkt mit dich, lohnt sich also nicht mehr. Ja, gut, dann warte ich halt, ne. Pampa ist jetzt, glaub ich, auch online. Cassie, was willst du in meiner Nähe? Du willst mich bestimmt wieder beklauen. Nein. Nein. Das Problem ist, nur laut Regeln ist Diebstahl verboten. Ach, das gibt's ja auch noch, ne. Was? Uff. Dale. Äh, ja, warum? Die gibt's ja nicht ohne Grund. Warte mal, Sachbeschädigung. Sascha am Dauerband. Der hat mein Haus das letzte Mal zerstört. Oder ganz einfach. Sei was. Ich hab hier grad Pilze zum Pflücken gesehen. Die will ich haben. Die lässt sich. Wo? Ne, das sind ja diese, äh, Leckren, die du, äh, mit dir rumtragen kannst und dann zwischendurch einfach mal essen. Da. Yay. Und draußen ist ein Mutant. Yay. Lass ihn nicht rein, wenn du... Doch, ich will den töten. Nein. Ich will den töten. Aber nicht von innen. Doch. Nein. Nein. Also, Cassie, irgendwann kommt der Punkt im Leben eines Menschen, wo man rein muss. Weißt du, Ike? Ja? Ja? Ich will die TIE-Box spielen. Wo ist der? hallo freund du sein freund meinst du mich? nein warte ich hör ihn wieder da oh das ist ein dicker! Cassie du stehst doch auf solche du magst ihre dicken Arschbacken! ja was steht denn die Cassie da oben so rum? kleiner Faking! lass mich! oh ne ich glaub bei mir sind zwei Mutanten oh ne klingt nach einem Fetty und so einer spinne also der Fetty geht bei mir gerade zurück da schießt ich jetzt mal einen Pfeil drauf oh ne das war ein Satz mit x grad ernsthaft ernsthaft macht das genau deswegen lass die dinger offen ich mach das mit absicht weil die Cassie braucht ja auch noch eine Knochenrüstung ja naja dann kümmert dich um die die hier draußen rum rennen und ich schlopfe Fetty weg ich muss nämlich sowieso an See runter ja was ist es mit dem Mond schon vorangegangen oder so? Tirox ich kann grad nicht äh Cassie? hm? äh ne ein bisschen also noch so ach ne also noch oder wie? zwei Minuten ja jaaa jaaa jaa ne äh 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 Oh, ich muss in die Base. Ich krieg Kälte Schaden. Wo ist der hin? Ach, da steht er. Ja, gut.